Dresdner 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 Und jetzt kommen noch die Stuttung von der Schwingen, Cygna, Töne, Ewa. Helena, Julia, Laura, Julia, Andrea, Julia, 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 Julia. Meine Damen und Herren, wenige Worte vom Händler Schulz, was soll passieren? Ich denke, beim Finale wollen wir noch mal so richten, bis zur Halle, bei unseren drücken Seenokontoren. Darum machen sie ordentlich Stimmung. Mit der Kontur am Viertel, Laufschrauben und einen tollen Wetter für alle. Mit Gott, kann ich die Händler zurückgehen. Genau. Genau.